So, herzlich willkommen zurück zur Age of Metallurgy. Beim letzten Mal hatten wir ja einen kleinen Stopp und jetzt machen wir die Einführung zu den Wikingern. Denn ab dem nächsten Jahr sind wir die scheinbar. Ochsenkarren können im Dorfzentrum ausgebildet und an fast alle Punkte auf der Karte gesandt werden. Ein weiterer Unterschied besteht darin, wie die Wikinger die Gunst der Götter erwerben. Anstatt zu ihren Göttern zu beten, gewinnen die Wikinger ihre Gunst in der Schlacht. Sie kämpfen einfach, um ihre Götter wohlzustimmen. Immer wenn ein nordischer Krieger etwas im Spiel bekämpft, erhöht sich ihre Gunst. Der letzte Unterschied besteht darin, dass sämtliche Gebäude der Wikinger von Infanterieeinheiten errichtet und repariert werden. Sammler haben bei den Wikinger nur die Aufgabe, Felder anzulegen und Rohstoffe zu sammeln. Alle nordischen Infanterieeinheiten können Gebäude errichten und reparieren. Das hört sich ja mal interessant an. Bevor wir dann rumfuchteln, auf ins nächste Szenario. Auf in den Norden! Bäh, Schnee! Zumindest hat Gagarensis den Weg freigereimt. Dies ist der Durchgang, den wir gesucht haben. Dahinter liegt Midgard. Hoffentlich ist es in Midgard wärmer. Der Norden, voll verworrener Ding, voll Sagen und voll müder Augen. Und all die Unschuld ist dahin, durch Kummer und durch Sorgen. Die Lawine hat unsere Einheiten zerstreut. Zuerst müssen wir unsere Männer wieder sammeln. Wir brauchen jede Hilfe, um diese Schlucht lebendig zu durchqueren. In der Schlucht wimmelt es von Wölfen. Wir müssen aufpassen. Sie kommen meistens in der Nacht heraus. Satt. Ja. 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 Something. Hver er þar? Ég vil. Satt. Ja. equipment. Was ist jetzt mein Ziel? defects. Aber wir müssen nur ne Siedlung besetzen. Das sollte relativ einfach zu bewerkstelligen sein. Aber was haben wir gelernt? So, dass die Nacht bricht herein. So, dass die Nacht bricht. Drei Gegner Stempel müssen sich zerstören. Okay. Jetzt muss ich mich erst mal neu organisieren. Zwerge können Erze sammeln. Und der Rest ist mein Strohstopp 1, um immer so ein bisschen in die Gänge zu kommen. So, jetzt muss ich erst mal mit den Fischern vertraut machen. Das haben wir noch nicht so gut nagen oder Halt. So. Die hier. Das muss ich auch ein bisschen nachher machen. Da muss ich aufpassen. Da ist dann wieder Ewa. Ja. 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 Dann respektieren wir die Kiste mal direkt. Oh, oh. Die Nacht bricht schon wieder herein. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ja. 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 Ich will. 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 wir nochmal einen Sammler. Der kann den wilden Eber dort unten sammeln. Der wieset immerhin auch 245 essen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns hier irgendwie verteidigt kriegen. Baut immer mal eine Kaserne. Ich will. Tilbúin, ja. Atrás. Tilbúin. Sat. 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 Sehr gut, sehr gut. So. Kasseln haben wir, Költen haben wir. Was sind dies für Wesen? Ein Heri er die Seelen der mächtigsten Krieger. Wir sind verloren. Wo sind feindliche Wesen? Ich glaube, ich leiste mir mit einem Pfund der Heilung. Ja, bis zum Ohr ist der Schlag. Ja. Ja, bis zum Ohr. Ja, bis zum Ohr. Ja, bis zum Ohr. Ja, bis zum Ohr. Skip an. Tilbúin. Samþygt. Samþygt. Ja, samþygt. Tilbúin. So, es gibt's an den kritischen Stellen. Rohstoffmangel zum Trotz. Mal einen Turm. Das ist... Ja. Já, til orustu слag. Hh. Atrás. Ja. Ich will. Something. Tilbúin. Ja. Ich will. Tilbúin. Tilbúin. Skipa. Fyrir þar. Til órustuslag. Atrás. Tilbúin. Ja, ich weiß, es kommt kein Holz mehr nach. Ach so, okay, Holzhacken. Und ich hab auch keinen mehr, der für Essen sorgt. Das ist genauso kacka. Nicht schon wieder. Tilbúin. Something. Atrás. Tilbúin. 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 Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Tilbúin. 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 Oh Gott, ey. Sat. Sat. Ich muss von mir zumindest mal einer dieser... ...duseligen Tempel vom Leib schaffen, ey. So geht das nicht weiter. Tilbúin. Tillers 61. Ich bin. Das ist ja. Beide. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Bis zum nächsten Mal. Digoin. Eine. Das ist ja. Was ist das? so rückzug und das soll es auch für diese folge gewesen sein wir haben den ersten tempel hinüber ich bedanke mich wieder bei euch fürs zusehen ich war relativ still denn ich muss mich hier einst auf konzentrieren was ich hier betreibe die wikinger sind leider nicht ganz so einfach zu spielen ja da bedanke ich mich bei euch und würde mich freuen wenn ihr auch das nächste wieder dabei seid wer ist denn und tschüss